Und da ich hier keine Friends bekommen habe, werde ich natürlich wieder die Fingermedizin deaktivieren und meine Muffis schon mal bereithalten. Aha, mal wieder ein Löwenartiges Scheusal. Kommt der Häuser vor, muss man sagen. Na. So, die Volkis haben schon mal gute Arbeit geleistet. Sehr schön. Nice. Dann gibt es doch gleich mal eine Verbeugung. Ja. 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 Ja.